Wenn wir davon reden, dass wir unsere Geräte irgendwie ins Internet bringen, dann sprechen wir oftmals von einem Router oder von einem Modem. Aber hier handelt es sich um zwei grundsätzlich unterschiedliche Komponenten, die unterschiedliche Funktionen erfüllen. Und wir gucken uns zuerst jetzt mal das Modem an. Und ein Modem, also ein Modulator-Demodulator, das ist ein Gerät, mit dem ihr die digitalen Signale, die euer Computer erzeugt, in analoge Signale umwandelt und auch umgekehrt. Und wenn wir von digitalen Signalen sprechen, dann reden wir wirklich tatsächlich von 0 und 1. Also unser Computer selber arbeitet mit 0 und 1, was für den Computer auch gut funktioniert, was aber nicht dafür geeignet ist, um diese Signale über große Entfernungen zu übertragen. Denn diese verlieren mit der Zeit dann Qualität, da sie einfach anfälliger für Rauschen und Störungen sind. Und ihr seht hier links, dass unser Computer digitale Signale erstellt, also 0 und 1. Und diese analogen Signale, die aus dem Modem rauskommen, die können dann eine kontinuierliche Bandbreite von Werten annehmen, ohne diskrete Schritte. Also das heißt, hier ist jeder Zwischenwert erlaubt und das ist völlig stufenlos. Und diese digitalen Signale, die müssen jetzt in analoge Signale umgewandelt werden, damit sie über das Medium eures Internetdienstanbieters irgendwie übertragen werden können. Und auch was die Modems selber angeht, gibt es natürlich Unterschiede. Also ihr könnt beispielsweise ein DSL-Modem haben und das wird verwendet für eine Breitbandverbindung über eure Telefonleitung, also der Klassiker, oder aber ein Kabelmodem. Und dafür nutzt ihr die Hochgeschwindigkeitsverbindung über das Kabel-TV-Netzwerk. Und dann nutzt ihr das Koaxialkabel, das normalerweise für den Fernsehempfang verwendet wird. Und natürlich könnt ihr, sofern verfügbar, auch Glasfasermodems nutzen. Und ein Glasfasermodem nutzt logischerweise die Verbindung über ein Glasfaserkabel. Und das verfügt über eine extrem hohe Übertragungsrate, beziehungsweise bietet eine enorme Bandbreite und ist daher wirklich ideal für Anwendungen, die große Datenmengen benötigen, zum Beispiel Videostreaming etc. Und dann müssen wir uns noch über den Router unterhalten. Und der Router selber spielt die entscheidende Rolle bei der Steuerung des Datenverkehrs in unserem Netzwerk selber. Heißt, ihr habt jetzt ein kleines Netzwerk wie bei euch zu Hause und in diesem Netzwerk habt ihr dann zwei verschiedene Computer und ein Handy. Und ihr wollt diese Geräte ins Internet bringen, dann werden diese Geräte entweder per WLAN oder per Kabel mit dem Router verbunden. Und der Router sorgt dann dafür, sofern er richtig konfiguriert und mit dem Modem verbunden ist, dass die Datenpakete dann korrekt weitergeleitet werden, also zum Modem. Und von da aus gelangen die Daten dann ins Internet. Und der Router selber arbeitet mit IP-Adressen. Das bedeutet, jedes eurer Geräte in eurem Netzwerk bekommt eine bestimmte IP-Adresse zugewiesen und dadurch können diese Geräte identifiziert werden und sogar miteinander kommunizieren. Das heißt, der Router selber weist einem Gerät im Netzwerk automatisch eine IP-Adresse zu, damit es eindeutig identifiziert werden kann. Und das passiert jedes Mal, wenn ihr euch mit einem Gerät in eurem Netzwerk einwählt. Und jedes Datenpaket, das findet dann seinen Weg zum Ziel anhand dieser verschiedenen IP-Adressen. Und euer Router, der spielt nicht alleine nur den Verteiler, der spielt auch Polizei, denn viele Router verfügen über integrierte Firewalls, die den Datenverkehr in eurem Netzwerk überwachen und damit schädliche Aktivitäten blockieren können, was natürlich die Sicherheit in eurem Netzwerk deutlich erhöht. Außerdem habt ihr in der Regel eine webbasierte Benutzeroberfläche zur Konfiguration und zur Verwaltung eures Netzwerks. Das heißt, hier könnt ihr selber eure Einstellungen anpassen, was die Sicherheit angeht, aber ihr könnt auch den Netzwerkverkehr überwachen. Also ihr könntet zum Beispiel gucken, welche Geräte sind angemeldet, welche Frequenzen, welcher Kanal wird genutzt etc. Und ich hoffe, es ist jetzt klar geworden, dass die Aufgabe eines Routers eine ganz andere ist als die des Modems. Und ihr könnt auf den Router, sofern ihr nur ein Gerät nutzt, tatsächlich sogar verzichten. Das heißt, ihr könnt euer Gerät direkt mit dem Modem verbinden und das würde in der Regel funktionieren. Aber sofern ihr mehr Geräte habt, die ins WLAN wollen, dann kommt ihr an den Router nicht vorbei. Und ihr werdet jetzt vielleicht einwenden, oh, ich habe doch nur ein Gerät zu Hause, vielleicht eine Fritzbox oder ähnliches. Aber hier handelt es sich tatsächlich um ein All-in-One-Gerät. Das heißt, ihr habt ja einen Router, ein Modem und alles, was eure Fritzbox sonst noch anbietet hier. Was dazu führt, dass ihr nicht viele verschiedene Geräte miteinander verkabeln müsst, sondern nur den kleinen Kasten da habt. Und dieser kleine Kasten bzw. diese kleine Box übernimmt alle Aufgaben für euch. Danke fürs Zuschauen. Hier links findet ihr mein Video zu den verschiedenen Frequenzen im WLAN. Schaut euch das auf jeden Fall als nächstes an. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.